Guten Tag ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ihr Probleme mit den YouTube-Benachrichtigungen auf eurem Handy habt, also zum Beispiel wenn ich jetzt live gehen würde und ihr keine Benachrichtigung bekommt, wenn ihr das Problem habt, dann bleibt dran und dann helfe ich euch nach dem Intro. So, ich zeige das Ganze anhand eines Samsung Galaxy S8 Pluses, das heißt es kann bei iOS-Geräten natürlich abweichen bzw. bei anderen Android-Geräten eigentlich auch. So, der erste Schritt den ihr tun müsst und zwar ihr müsst rechts oben in der YouTube-App auf euer Profilbild klicken, z.B. auf euer Kontosymbol, dann als nächstes, wenn ihr in eurem Konto drin seid, klickt ihr auf das Einstellungssymbol, wenn ihr in den Einstellungen drin seid, dann klickt ihr auf Benachrichtigungen und bei Benachrichtigungen müsst ihr einfach den Schieberegler bei Abos bzw. dem Untertitel ich möchte über Aktivitäten zu meinem abonnierten Kanälen benachrichtigt werden, müsst ihr einfach anschalten und dann bekommt ihr die Benachrichtigungen zu allen Kanälen, wo ihr die Glocke aktiviert habt. Mit anderen Worten, dann wird das auch in eurer Benachrichtigungsleiste angezeigt und dementsprechend, ja, hoffe ich, es hat euch geholfen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch angeschaltet war oder abgeschaltet war, dieser eine Haken. Und wenn es bei euch abgeschaltet war, dann, ja, wieso YouTube, wieso? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao! Bis zum nächsten Mal!